Die auflagenstärksten Nachkriegslyrikerin Deutschlands bei Eva Strittmatter, die 1930 in Neuruppin geboren ist und mit dem Dichter Erwin Strittmatter verheiratet war. Von ihr sollen sie in dieser Sendung nun noch einige Gedichte hören. Freiheit Wie es scheint, soll nun das meine Freude sein, Die einzige Freude, die ich noch habe, In der Sonne sitzen auf einem Stein, Zu Füßen die Wiese im grünen Grund, Eine Wildtaube fliegen sehen Und mich erinnern mit lächelndem Mund, Die heimliche Freiheit der Einsamkeit Im stillen Monat September. Das war schon immer die beste Zeit. Lavendelfarbenes Bergknöpfchen blüht, Um die Schafgarben dolden, Streift eine Biene, die sich zum Sommerende noch müht. Das Bienensummen schläfert mich ein, Ein freundliches kleines Nirwana, Und die Sonne wärmt mein altes Gebein. Wie es scheint, soll nun das meine Freude sein. Eva Strittmatter ist verblüffend ehrlich und offen, Denn wenn sie das nächste Gedicht hören, Wissen sie, dass auch das eben Gehörte Von ihrem Mann Erwin handelte. Rotdorn Wir haben zwei Rotdornbäume gepflanzt, Ich kann sie von meinem Fenster aus sehen. Als Kind hab ich unterm Rotdorn getanzt, Und manches Liebe ist da geschehen. Jetzt haben wir für uns Rotdorn gepflanzt, Von meinem Fenster aus kann ich ihn sehen. Ich werd es nicht sein, Die unter ihm tanzt, Und auch das Liebe wird anderen geschehen. So, und nun ein Gedicht über den Kolo, Einen jugoslawischen Volkstanz, Bei dem auch ihr Mann allerdings indirekt anwesend ist. Soll ich gehen? Soll ich nicht? Ein paar Tage südwärts fliegen, Unterm makedonschen Licht, Ohne meinen Schatten liegen? Wird es mir noch mal gelingen, Deutsche heute abzustreifen, Und beim Kolo mitzusingen, Ohne etwas zu begreifen? Wenn ich in den Spiegel spähe, Sage ich mir, Lass es bleiben, Schließlich kannst du aus der Nähe Dichtend in die Ferne treiben, Du hast alles schon genossen und gesehen und geliebt, Deine Jugend ist verflossen, Wohl dem, der sich drein ergibt. Wie ich so vernünftig denke Und bewusst in Schlüsse fasse, Tauche ich in meine Schränke Und probiere, Ob er passe, Den verwegenroten Rock, Den ich letztes Jahr getragen, Und ich denke, Mit dem Stock Sollte man dich Alte schlagen. Die Einsicht So der Titel des nächsten Gedichts Von Eva Strittmatter Als ich zwanzig war Und Leben mir schwer, Da dachte ich, Es wird leichter werden, Mit dem Alter Kommt auch Weisheit her, Einsichtig heiter Auf ebener Erden Werde ich wandeln, Wenn Zweifel sich lösen Und reinlich sich scheidet Das Gute vom Bösen. Und nun? Nun bin ich schon 50 Jahre Und Leben ist schwer, Wie es mit zwanzig nicht war. Jugend Ebenfalls ein Gedicht Von Eva Strittmatter Der junge Dichter Mit dem spöttischen Mund Hat mich so höhnisch angesehen. Ich sah nur im Vorübergehen Seinen Knabenschädel Geschoren und rund Und dachte, Da ich eine Mutter bin, Dachte ich voller Erbarmen, Söhnlein, ihr Armen, Ihr glaubt noch, Dass ihr unsterblich seid Und nur die alten Mütter Müssen vergehen. Nisami, persischer Dichter Man hat mir eine Sklavenseele Eingebaut von Kindheit an, Des Weibesseele. Die gibt in mir noch immer laut Und flüstert mir, Was ich verfehle, An Pflichterfüllung Schuldig bleibe. Kein Alibi gilt, Dass ich schreibe, Aber das Haus ist nicht gefegt. Und wenn ein Dichter mich bewegt Und ich ihm folge selbst vergessen, Schreckt mein Gewissen mich, Kein Essen, Ich überstürze mich in die Küche Und erfinde mittels flammender Gewürze Speisen, an denen selbst der Blinde erkennt, Dass er im Orient ist. So geht's, wenn man Nisami liest Und auf Basaren persisch handelt. Hat man sich dann zurückverwandelt Ins angestammte Weibsgeschlecht, In einer Rolle Koch, Magd, Knecht, Reuch als ein geheimer Sünder, Verbrühen als Folge sich die Münder Mann, Söhne und die Küchengäste, Und das Gewissen hat Maleste, Weil es das nicht entwirren kann, Bei Leibe Weib, Im Geiste Mann, Der gehen will, Ohne Rechenschaft Von seinen Handlungen zu geben. Ich sammle gerade alle Kraft, Die Sklavin in mir tot zu leben. Die beiden nächsten Gedichte Stammen aus einem der letzten Gedichtbände Eva Strittmatters Mit dem Titel Liebe und Hass Und dem Untertitel Die geheimen Gedichte Auch ein Motto hat sie diesem Buch mitgegeben, Einen Satz von Henri de Montderlan Es ist von großer Bedeutung für Werke Wie für Menschen Nicht aktuell zu sein. Ein Satz, der auf diese Lyrik für alle Reihe Hoffentlich ebenfalls zutrifft. Sprachlos Erst kennt man sich mit den Worten nicht aus Und später nicht mehr mit dem Leben. Noch immer ist es dasselbe Haus, Doch nun sieht man den Abgrund daneben. Also, wie sich halten. Von Tag zu Tag Seine Pflichten tun Doch was ist die Pflicht? Wir sind nicht mehr sicher. Wir urteilen Zag Und was wird, Das wissen wir nicht. Von Altersweisheit Keine Spur Der Sinn ist nicht zu verstehen. Eine kleine Güte, Ein Lächeln nur Und einfach weitergehen. Willenlos Ich denke jetzt oft, ich werde sterben, Weil ich mit dem Leben, dem meinen, zerfallen bin. Eine Krankheit wird sich schon finden, um mich zu verderben, Und weil ich so schwach bin, rafft sie mich hin. Dabei ist die Schwäche nur geistig begründet. Ich bleibe, wo ich nicht bleiben will. Der Funke des Todes ist noch nicht gezündet. Die Zellen des Körpers halten noch still. Doch denkt und denkt der Gedanke in mir, Wenn der Mensch nicht lebt nach dem eigenen Gesetz Und gerät nur immer tiefer ins Netz Als ein kümmerlich, willenlos, augenlos Tier Und sieht keinen Weg, dass er sich befreit, Dann wird er sterben vor seiner Zeit. Das kann nicht gut gehen. Dann stirbt er daran. Ich sieche an sterbender Liebe dahin, Die ich mit Willen nicht retten kann Und die nur macht, Dass ich bald nicht mehr bin. Verabschieden möchte ich mich von Ihnen und Eva Strittmatter Mit dem Gedicht Weiden. Einst habe ich drei Weiden besungen, Eine nur ist geblieben. Ich habe drei Weiden besungen, So sind auch drei Weiden geblieben. Ich sage Tschüss, Bis zum nächsten Mal, Ihr Lutz Görner Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020